Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute haben wir ein Verbundfeuerwerk von StarTrade. Wir haben hier 165 Schuss im Kaliber 14 bis 25 Millimeter. Eine Brenndauer von 90 Sekunden und eine NEM. Müsste ich jetzt kurz mal schauen, wo die steht. Das ist ein natürlicher Moment. Ich gucke erstmal. Artikelnummer, Losnummer. NEM, jetzt habe ich es gefunden. Hat mir, weil die braucht. NEM steht hier unten. 973,96 Gramm. Ja, sind es zwei verleitete Batterien. Und wie gesagt, ich denke mal, achso preislich liegen wir hier bei 50 bis 65 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Und ich denke mal durch den Kaliber von 14 Millimeter wird das auch nicht so ein großes Spektakel werden. Aber wir schauen uns trotzdem mal das Verbundbrett an für 65 Euro. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Und ich denke mal, wir schauen uns schon mal. Und ich denke mal, wir schauen uns schon mal. Und ich denke mal, wir schauen uns schon mal. Untertitelung. BR 2018